Der Bodensee, Deutschlands südlichste und gleichzeitig eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen, lockt zu jeder Jahreszeit Gäste aus aller Welt, die den ganz besonderen Flair der romantischen Uferpromenaden mit ihren idyllischen Cafés, Ruhe und Natur oder die vielseitigen Freizeitaktivitäten dieser Region genießen möchten. Nur wenige Minuten entfernt von diesem einzigartigen Reiseziel begrüßen wir, die Familie Schmidt, sie mit schwäbischer Gastlichkeit im Landhotel Bären in Hohenfels. In unseren gemütlichen Gästezimmern genießen Sie eine angenehme Ruhe und modernen Komfort wie Dusche-WC sowie TV- und WLAN-Internetzugang. Und wenn Sie uns am Morgen nach einem reichhaltigen Frühstück schon wieder verlassen müssen, dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen im Landhotel Bären am Bodensee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017